Was geht ab Leute, heute ist soweit, wir spielen endlich wieder verrückte Türen in Roblox. Das ist so ähnlich wie, drücke nicht den Knopf, deswegen, wenn man quasi durch so eine Tür geht, äh, oder die quasi öffnet, dann passieren immer verrückte Sachen und die regnen, es ist quasi... Oh, gerade Diamantblöcke und ich wurde gerade voll erwischt, Leute, oh man. Lasst euch in dem Fall gerne ein Like und Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Dreht euch auf jeden Fall noch einmal ganz kurz euer Handy und drückt mal auf die Glocke, damit wir auf jeden Fall nichts verpassen. Ihr seht ja schon, hier vorne können wir zu der Tür gehen und irgendwo... Oh, nein, nein, bitte nicht berührt werden, bitte nicht berührt werden, bitte nicht. Und man muss aufpassen, auf jeden Fall, hier werden immer irgendwelche zufälligen Sachen passieren und es kann alles Mögliche sein, Freunde. Hier hätten wir sogar noch ein bisschen Glück gehabt, ich mach jetzt mal ganz kurz... Ah, ey, die Tür ist explodiert, oh nein, 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 nein. Oh, ach, oh nein, ich wurde auch geholt, ich glaube, das kann locker gar keiner überleben, ne? Überleben die da vorne, ne? Auch draufgegangen und der Rest, glaube ich, auch, ne? Ja, hat einfach keiner, glaube ich, überlebt. Oh, doch, der hier, oh, wie schlau. Er ist einfach hier oben drauf, lol. Er hat einfach gewonnen, er ist einfach Bro-Pro. Okay, komm, mach mir doch mal jetzt eine Tür auf, mal gucken. So, wir machen die Tür hier auf, äh... Oh, es ist Feuer. Ich, ich, ich wurde verbrannt. Sogar richtig viel Feuer, Leute, holy moly. Alter, guckt euch das mal an. Nein, 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 ach, Mann, oh... Toll, ich dachte, ich werde nicht bei so einer Sache zweimal draufgehen, aber einfach zweimal draufgegangen. So, Freunde, wir machen jetzt hier, zack, die Tür auf und, oh, oh, wir müssen es ready machen. Okay, pass auf, das wird sich locker drehen, aber in welche Richtung? In die Richtung. Okay. Uh, vorsichtig. Okay, vorsichtig, Freunde. Und... Oh, aha, habe ich auch geschafft. Okay, ah, ja, pass auf, hier auch jetzt. Und hier auch noch. Okay, jetzt wirst du nur aufpassen, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott, pass bloß auf. Oh nein. Oh Gott. Ah, nein, 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 nein. Und hier auch noch, oh Gott. Ja, noch sechs Sekunden, Freunde, sechs Sekunden, dann schaffen wir das jetzt hier. Kommt, drei, zwei, ich kann stehen bleiben. Ja, ich kann stehen bleiben. Oh, oh, das war knapp, das war gerade mega knapp. Aber das haben wir jetzt auch schon überlebt, Leute. Sehr, sehr gut. Geht es jetzt jetzt schon wieder direkt los? Zur nächsten Tür, die mache ich jetzt auch mal auf. So, Tür ist aufgemacht und... Was passiert jetzt? Oh, oh. Oh, nein, 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 nein. Okay, äh, äh, Wind. Wie ist der Wind? Oh Gott, 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 äh. Ah, ah, oh Gott, ja, ich habe es überlebt, Leute. Ich habe es überlebt. Und der ist draufgegangen, haha. Und der überlebt auch einfach, hä? Der steht einfach an der Seite. Aber ich habe mit, mit zwei anderen habe ich überlebt. Sehr, sehr gut, komm. Ich mache die nächste Tür auf. So. Oh, oh nein, 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 nicht schon wieder das hier, nicht schon wieder dieser, diese komischen Speere oder sowas. Äh, äh, oh, oh, oh. Oh, das war knapp. Okay, die gehen nur so weit. Oh, oh, da gehen nur so weit. Ja. Okay, die habe ich auch überlebt. Die waren noch relativ leicht, Freunde. Aber jetzt können wir hier nochmal. Bäm, die Tür aufmachen und, oh Gott. Nein, 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 schnell, 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 schnell. Lava kommt, Lava kommt, Lava kommt. Los, Leute, schnell, wir müssen hier rauf. Äh, äh, sprung und, sprung und, oh Gott, man sieht das ja fast gar nicht. Sprung, sprung, sprung. Oh, die Lava, die Lava kommt schon. Wie schnell kommt die denn, bitteschön. Ach, Mann, ey, die kam ja so schnell. Wie schnell kam denn bitte schon die Lava, Leute. Ey, wie soll man denn das überleben? Guck dir mal bitte schon diesen riesen Lava-Block an. Hä? Wie soll ich denn sowas überleben? Aber na gut. Die Lava sieht doch ein bisschen, ein bisschen komisch aus, ne? Mit so grün und so da drin. Okay, vielleicht öffne ich nicht mal die Tür. Ich überlasse jetzt euch die Tür, okay? Aber bitte stell dir mir nichts ein. Nein, scheiße, äh, oh, Leute, ein bisschen schnell, zieh hoch. Oh, schade, schade, schade. Schnell nach oben, so, und, zack, zack, zack. Äh, 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 nein. Okay, dann habe ich das geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich war ganz oben. Wenn man es schafft, dann, guck mal, ich glaube, hier, genau. Und wenn man es schafft, dann kommt man, glaube ich, wieder zurück, weil ich dann quasi gewonnen habe, ne? Tür aufmachen, bitte. Ich mache es dann mal, ne? Oh, Leute, das wird jetzt hier, glaube ich, gerade nicht richtig schwerer. So, aber jetzt müssen wir hier, hier rauf, das dreht sich. Oh, nein, 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 da kommt was. Hüah, 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 aufpassen, nicht berühren. Ey, was, wie schnell soll man das machen? Wie schnell, wie schnell? Ah, oh, okay. Alter, das war mega knapp, Leute. Ich habe es einfach als einziger überlebt. Das war gerade so knapp. Yeah, ha, 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 ha. Aus dem Weg. Ich dachte gerade, jetzt geht es weiter. Guck mal, ich habe als einziger gewonnen. Ja, so, was passiert als nächstes? Och, Mann, schon wieder doofes Feuer. Ich wurde schon wieder verbrannt. Immer muss dieses Feuer kommen, Freunde. Komm, oh, okay, er hat drauf gedrückt. Was war, oh, hey, oh, 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 oh. Hier ist ein Alienball. Er schießt einfach mit so Laserstrahlen um sich, Leute. Muss man echt aufpassen. Oh, Gott. Ah, ha, er wurde erwischt. Er wurde erwischt, weil er sich zu einem Laserball aufgehalten hat. Okay, pass auf. Ich darf jetzt nicht zu viel lachen. Daran gehe ich selber noch drauf. Das wäre nämlich ein bisschen peinlich, Leute, wenn ich jetzt auch noch draufgehe. Guck mal, ich kann jetzt, oh, oh ja, wir haben den Laserball überlebt. Das war aber jetzt eigentlich nicht schwer, ne? Das war jetzt echt nicht schwer. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt mal drauf drücke und, oh, oh, nein. Nein, okay, wir müssen uns beeilen. Ah, hey, hä? Nein, was ist denn jetzt passiert? Ach so, das kam gerade schon, ach so, hä? Hä? Okay, pass auf, wir müssen uns jetzt hier wirklich beeilen, Freunde. So, springen. Oh, Mann. Hä? Ich glaube, ich bin zu spät abgesprungen, ne? Hä? Was war denn da jetzt gerade los, Leute? Na gut, öffnen wir jetzt hier mal die Tür. Und wir müssen schnell, oh, nein, 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 schnell rein. Es regnet Säure, es regnet Säure. Oh, das war ja so knapp. Das war ja so knapp. Und die haben es auch noch geschafft. Und guck mal, Leute, hier regnet es sogar noch ein bisschen rein, ne? Ich gehe am besten mal hier hoch, okay. Ha, haben wir auch noch überlebt. Gut, du liebe Tür. Tür, was möchtest du mir denn jetzt noch zeigen? So, dann drückt mal drauf, Leute, oder traut ihr euch nicht? Oh, Gott. Nicht schon wieder das, nein. Und das haben wir auch geschafft. Haha, Leute, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns hier nochmal ganz kurz die Tür. Und, oh, wir müssen jetzt hier, ah, Leute, schnell, schnell die Obby schaffen. Ganz, ganz schnell. So, hier, zack, auf den Baum, auf die Wolke, auf das Ding. Ey, der vor mir ist ja voll schnell. Der vor mir ist ja richtig schnell, Leute. Okay, aber ich werde es schaffen, okay? Oh, die werden immer dünner. Oh, oh, Gott. Oh, okay, da... Oh, man sieht die ja fast gar nicht mehr. So. Ja, oi. Hat der das als einziger überlebt, weil ich da nicht mehr so... Weil ich da am Ende nicht mehr gesprungen bin, oder was? Ach, der hat ja auch so ein Teil, ne? Wir können auch mal in den Shop gehen, Freunde. Da können wir zum Beispiel auch im Itemshop sehen. Da können wir zum Beispiel auch diese Gravity Coil holen. Aber ich habe noch nicht genug Punkte. Vielleicht haben wir ja gleich genug Punkte. Es regnet... Aua! Es regnet Noobköpfe. Wieso das denn? Okay. Oh, oh Gott. Guck mal, die ganz... Und die explodieren auch noch. Das habe ich ja eben noch gar nicht gesehen. Na, kommt bei mir einer. Oh, aah. Na, kommt bei mir einer. Ne, ne, ne. Ich glaube, die kommen noch nicht, oder? Oh, doch. Die sind schon ganz nah dran, Freunde. Aber ich glaube, die Noobköpfe, die überleben wie mit Leichtigkeit, ja? Guck mal, aber gut. Es haben trotzdem drei gewonnen, ne? So, dann drücken wir jetzt mal hier... Ich mache jetzt mal die Tür auf, okay? Machen wir die mal auf. Ich gehe mal jetzt hier auch durch. Och! Toll. Weil ich durchgegangen bin, ist hier jetzt so ein Riesen-Noob. Der hat gerade einfach ein Stück... Der wirft... Ey! Der wirft hier mit Scheiße rum, Leute. Der wirft hier mit Kot rum. Guck mal, wie der aussieht. Der streckt sich... Ah! Pass auf! Pass auf, pass auf! Oh Gott. Wird den mich nicht abwerfen. Oh, er wirft einfach zurück und... Ey, er macht jetzt Breakdance! Hilfe! Er macht den Flummi, er macht den... Er macht den Twister. Leute, er macht den Playblade. Weg da, aus dem Weg. Oh Gott. Und er wirft wieder mit... Er wirft wieder hier mit Kot rum. Ich glaube... Oh! Okay. Oh! Und nochmal, komm! Oh! Einfach von der Map geworfen? Hä? Du weißt schon, dass wir hier sind, ne? Oh! Oh! Ah! Alter, das ist knapp. Hey! Hey! Okay, okay. Komm! Mach halt noch mehr. Ja, wirft wieder von der Map. Ganz, ganz schlau, Mr. Kot, Mann. Ich glaub's ja nicht. Und wieder von der Map geworfen. Alles klar. Gut. Du kannst so viel werfen, wie du willst. Du wirst uns niemals bekommen. Okay, dann drück mal auf die Tür. Drück mal, mach mal... Machen wir einfach den Hebel da auf. Okay? Traut ihr euch oder traut ihr euch nicht? Ich stell mich auch mal auf die Tür. Ich will wissen, wie das ist. So. Ich steh jetzt auf der Tür. Und ich drück jetzt drauf. Okay? Okay, schnell auf den Block. Schnell auf den Block. Schnell auf den Block. Schnell auf den Block. Ah! 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 Achso. Hab ich das überlebt? Ah! Aua! Aua! Ich hab noch auf den Block drauf, Leute. Ah! Vielleicht hätte ich draufbleiben müssen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch oben in der Luft oder so gewesen, ne? Toll. Ich war leider nicht mehr oben in der Luft. Aber, Leute, kein Problem. Ich mach die Tür auf. Ich muss hier durch. Tut mir leid. Oh! Oh Gott! Schnell, Leute! Schnell, 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 schnell! Uah! 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 Okay. Sehr, sehr gut. Zack. 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 Ey, geh mal aus dem Weg. Ich seh nix. Ja, ich hab das erste geschafft. Ich hab's vor dir geschafft. Ich hab's vor dir. Oh! Das ist ja ein ganz cooler, Leute, dass er nochmal zurückspringt. So! Hahaha! Ich hab rauf gedrückt. Haut rein! Ich lauf jetzt ganz schnell weg. Oh! Ich will auch diese Keule haben, Leute. Damit man so schnell laufen kann. Wir fehlen noch... Ich hab jetzt grad 70. Mir fehlen noch 30 Stück. 30 Mal, dass ich quasi überlebe. Oder ich glaub, man kriegt sogar mehrere Punkte. Guck mal, wie schnell der ist. Ich will auch so schnell sein. Ah! Er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen, weil er zu schnell war. Aber, Leute, ich werd's jetzt auf jeden Fall entspannt schaffen. Ich lauf jetzt einfach die ganze Zeit hier weiter. So lange. Bis ich hier... Äh... Gleich... Oh, komm. Rüberspring. Ich glaub, jetzt kriegen wir gleich richtig viele Punkte. Weil wir werden's, glaube ich, als einziger schaffen. Weil wir so schnell grad laufen. So, guck mal, hier kommt keiner. Oh, der Nächstes... Oh, der kommt immer näher. Nein, Leute. Nein, nein, nein. Nein, wir müssen es vor ihm schaffen. Schnell. Jetzt müssen wir auch das richtige Portal auswählen. Äh... Inne, mene, miste... Und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Äh... Hier. So. Mitte. Ja! Ha! Ich hab's geschafft, Freunde. Oh, ich hab grad sieben Punkte dafür bekommen. Oha! Wie cool ist das denn? Alles klar, Freunde. Denn wir will auf jeden Fall was sagen. Soll es auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn du noch mehr von diesen verrückten Türen sehen wolltest, dann lass uns auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und schick ein, wie es dir aus. Einfach draufklicken. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.